Er ist allein Endlich fertig. Mal schauen, wer Bock hat, heute mit mir abzuhängen. Er fühlt sich einsam. Arnie, ich bin zuhause. Er hat nur einen Freund. Hör endlich auf, so etwas zu sagen. Du bist kein Opfer. Du bist klasse. Nein, du bist viel mehr. Du bist mein bester Freund. Sich selbst. Ist sie noch frei? Ja. Okay, dann nehme ich den Stuhl. Die traurigste Geschichte des Jahres Hallo Sie, tut mir leid, dass ich Sie einfach so anspreche. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Bin ich etwa so schlimm? Niemand wird etwas mit mir zu tun haben. Oh mein Gott, was habe ich der Menschheit nur getan? Aber sie, sie verstehen mich noch sicher. Forever Alone. The Movie. Demnächst im Kino. Nie machen sie überhaupt mit ihm.